Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum dritten Gespräch mit Gopal Norbert Klein, dem Traumatherapeuten. Und diesmal geht es um Beziehung und Bindungsängste und dergleichen. Toll, dass du da bist, Gopal. Ich freue mich drauf. Grüß dich. Und das Ganze geschieht auf Mystica TV. Ja, willkommen. Lieber Gopal, ich beginne wieder mit einem Zitat. Das in Verbindung treten ist schon die Lösung. Das finde ich total schön und da haben wir auch im ersten und zweiten Teil schon ein bisschen drüber gesprochen, dass im Grunde die Lösung auch von Traumather darin besteht, wieder in Verbindung zu kommen mit meinen Mitmenschen. Und die tiefste, größte, schönste Verbindung ist natürlich eine Liebesbeziehung, eine Paarbeziehung. Aber selbst da, hast du schon im Vorfeld gesagt, kann sein, dass die Menschen sich gar nicht wirklich füreinander öffnen können, weil vielleicht auch Traumata aus vorliegen. Wie kann man das festmachen? Woran könnte man das erkennen, dass eine Liebesbeziehung vielleicht gar keine wirkliche Liebesbeziehung ist, weil es die Menschen einfach noch gar nicht wissen, wie es geht? Ja, man kann es ziemlich einfach sagen, definieren, wenn zwischen zwei Menschen es zu Defensivreaktionen kommt, und zwar standardmäßig, dann sind die Menschen nicht in wirklichem Kontakt. Und Defensivreaktionen wie zum Beispiel Konflikte oder Trennung, Distanzherstellung, das gehört dazu. Das bedeutet, dass es keinen wirklichen Austausch gibt, sondern das ist eine Abwehrreaktion gegen projizierte Gefahr. Ja, so, das klingt jetzt wieder alles so abstrakt, aber wenn man sich mal überlegt, an sich ist es ja eine Beziehung zwischen zwei Menschen, die sich ja eigentlich sicher fühlen, die ja eigentlich zusammenkommen, um sich anzunähern, nicht um sich gegenseitig zu gefährden. Das heißt, das Grundsetting ist an sich das sicherste, was es gibt. Und an sich gäbe es da kein Problem. Unter Erwachsenen gäbe es gar keine Konflikte, sondern was da entstehen kann, ist, dass eben Räume aus, ungelöste Räume aus der Kindheit angeschoben werden. Und das kann nicht nur geschehen, das wird zwangsläufig passieren. Alles, was nicht gelöst ist, wird dort eben hervortreten. Und das hat immer was mit Defensivreaktionen zu tun. Und wenn ich in eine Defensivreaktion gehe, dann ist die Tendenz des Gegenübers auch in eine Defensivreaktion zu gehen, weil das stellt für den anderen wiederum eine Gefahr dar. Wenn ich mich trenne oder mich rausnehme oder mich distanziere, ist das für den anderen bedrohlich, für das andere Nervensthema, auch wenn ich angreife sowieso, da ist es offensichtlich. Das heißt, die Defensivreaktionen können sich hochschaukeln. Und wenn das in einem Übermaß passiert, dann kann man sagen, da ist was aus der Kindheit nicht gelöst, wo ich nicht in der Lage bin, in den Kontakt zu treten. Weil das hat man ja schon gesagt, ich muss nur in eine Defensivreaktion gehen, wenn ich Gefahr projiziere. Und die projiziere ich nur, wenn es eine Lücke im Kontakt gibt. Sonst gäbe es keinen Grund dafür. Wenn jetzt einer der beiden sozusagen schon sehr erlöst ist und keine großen traumatischen Erfahrungen mehr hat, kann dieser Mensch dann für den mehr Traumatisierten eine große Hilfe sein oder nicht? Ja, die Konstellation tritt so nicht auf. Echt? Es treffen Paare in der Regel nur zusammen, die auf die gleiche Art und das gleiche Ausmaß traumatisiert sind. Ist deine Beobachtung einfach? Ja, das kann man auch begründen, weil jemand, also wir können ja nur mit dem Beziehungsmuster in Kontakt treten, was wir als Kind gelernt haben. Und wenn das ein sehr verzerrtes Muster ist, was viel Distanz braucht, dann holt sich das System niemanden als Partner, der viel mehr Nähe möchte und zulassen kann. Das ist eigentlich verständlich und da ist auch keine Sicherheit da, geht gar nicht. Ja, das sind wie unterschiedliche Sprachen. Das heißt, was Paare zusammenführt oder was Menschen als Paar zusammenführt, ist das gleiche Maß an Nähe, was beide aushalten. Ja, verstehe. Und diese Konstellation, die gibt es so in der Praxis nicht. Oder ich kenne sie nicht, habe ich noch nicht gesehen. Okay. Aber wenn es das gäbe vielleicht noch, dann klar, das würde helfen, dann ist natürlich die Gefahr, dass der eine in die Therapeutenrolle rutscht. Aber klar, das ist, je mehr Bewusstheit, egal wo, je mehr Regulation, desto besser auf jeden Fall. Das könnte auch sein, dass auf einer gewissen Ebene so eine tiefe Liebe da ist, dass man sagt, auf einer anderen Ebene bin ich einfach der, der dir jetzt mal ein bisschen hilft und vielleicht hilft der andere ja in anderen Bereichen. Aber es ist zu theoretisch wahrscheinlich, was ich jetzt hier versuche zu konstruieren. Ja, es ist theoretisch uns ganz wichtig, das anzusprechen, weil das wäre gar keine Beziehung. Ja. Wenn ich versuche, meinem Gegenüber zu helfen, wäre das gar keine Beziehung, auch kein Kontakt, weil dann jemand dabei ist, was zu machen und weil dann die Hoffnung ist, dass irgendwas bei rauskommt. Beziehung heißt wirklich und Kontakt heißt wirklich nur Austausch. Wenn du jetzt jemandem hilfst, dann erfährt der andere von dir ja gar nichts, sondern du machst irgendwas. Und damit trittst du nicht in Kontakt. Du spielst dann Helfer, Therapeut, Elternteil, was auch immer. Der andere weiß gar nicht, wie es dir ist. Zum Beispiel, du fühlst dich ohnmächtig, du möchtest gerne Kontrolle in dem Kontakt, was auch immer, was dann dahinter steht. Also wir brauchen, das ist immer wieder die Idee, wir müssen wirklich uns klar machen, die Lösung ist nur, dass das, was da ist, dass wir das austauschen. Wir müssen nicht mal versuchen, Konflikte zu lösen, nicht mal das. Wir müssen nicht mal uns um Liebe oder sowas kümmern. Ich sage immer, es ist egal, ob da Hass oder Liebe ist, selbst das spielt keine Rolle. Toll. Weil Beziehung und Kontakt ist jenseits davon. Es geht darum, ob das durchfließt. Und wenn ich sage, ich hasse dich oder da ist ein Gefühl von Hass oder da ist ein Gefühl von Liebe, das ist dasselbe, weil es dasselbe Maß an Nähe herstellt. Es gibt nur Probleme, wenn Dinge nicht kommuniziert werden, wenn die nicht durchlaufen. Dann zeigen die sich indirekt. Aber wenn es durchläuft, ist es egal, was durchläuft, sondern das Durchlaufen an sich und die Tiefe, die das erreicht, das ist der entscheidende Punkt. Das ist das, was dann zu einer Erfüllung führt, die jenseits von dem, was wir normalerweise unter Liebe verstehen. Weil normalerweise verstehen wir Liebe als einen tollen Zustand. Aber wenn wir das so machen und begreifen, dann erfahren wir, dass Beziehung jenseits von tollen Zuständen ist. Das ist sogar jenseits von Liebe. Also das ist jenseits von Liebe und Hass. Es spielt keine Rolle, was da zwischen uns ist. Und wenn wir... Einfach ein Miteinander sein, wo das Leben fließen darf. Und selbst wenn es nicht fließt. Okay. Auch ein Miteinander ohne Fluss. Ja, also wenn man es jetzt Austausch nennt, klar. Aber es geht nicht darum, tolle Zustände zu haben mit dem anderen. Das ist eine unreife Art, sage ich mal, auf Beziehung. Weil wenn das nicht stattfindet, dann was dann? Also da gibt es etwas, was einfach so darüber hinausgeht. Und wenn wir als Paar uns zusammenfinden und sagen, wir machen jetzt, wir machen eine feste Beziehung, dann ist das noch keine Beziehung normalerweise. Sondern das sind Vorstellungen, Projektionen, Hoffnungen, Dinge zu bekommen, die ich als Kind nicht bekommen habe. Das sind beide in einem Kinofilm. Und wenn die sich annähern, dann bricht dieser Kinofilm zusammen. Das kollidiert dann. Also das kollidiert alles. Und das Blöde oder das Traurige ist, dass ich an diesem Punkt, eigentlich würde der Kontakt, die Beziehung überhaupt erst beginnen. Das Blöde ist, dass ich die Menschen dann an der Stelle trenne. Aber da würde es eigentlich erst losgehen. Das heißt, wenn ich mich von meinem Partner trennen will, ist das ein Zeichen, dass es jetzt kurz davor ist, dass es überhaupt losgeht erst. Ja. Okay, das heißt, das Zauberwort ist auch da Kommunikation. Und das heißt vielleicht auch, also beide Partner stehen irgendwo an derselben Stelle, vielleicht gespiegelt, aber beide sind ein bisschen traumatisiert. Aber wenn sie lernen, miteinander sich auszutauschen, vielleicht unter Begleitung oder unter Anregung, Hilfe von außen, dann können sich die gegenseitig heilen auch, kann man das so sagen. Braucht es diese Anregung von außen oder würdest du sagen, es passiert oft genug, dass allein schon die Verbindung da ist und beide können sich das spiegeln? Oder sind sie noch zu sehr auch im eigenen Käfig, wo wir in den ersten Gesprächen gesagt haben, wenn man nicht den Blick von außen hat, nimmt man ja gar nicht wahr, wo man steckt. Ja, es geht nicht um Spiegeln. Es geht nicht um Spiegeln. Es geht um Austausch. Und vom Prinzip reicht das. Also vom Prinzip reicht das. Und für viele ist, wenn die das üben, so ein bisschen den ehrlichen Austausch, reicht das. Aber halt ab einem bestimmten Grad von Traumatisierung braucht es eine Anleitung von außen. Aber nicht, weil das prinzipiell nicht geht, sondern einfach aus dem Grund, weil das System so verzerrt ist, dass es nicht weiß, wie es sich mitteilen soll. Das geht in den Zuständen unter und weiß nicht, wie es versucht, mit den Zuständen klarzukommen und schafft es nicht, das zu kommunizieren. Und da braucht es dann unter Umständen Hilfe von außen. Und dann hilft man demjenigen, statt auszuagieren, das, was da ist, mitzuteilen. Also Beispiel, manche wären vielleicht immer wütend und wissen überhaupt nicht, was sie damit machen sollen. Sondern dann braucht es einfach eine Anleitung, was mache ich mit dieser Wutenergie. Wie gehe ich damit so, um dass ich meine Beziehung nicht zerstöre, sondern dass ich das mitteile, was da eigentlich ist. Spannend, ja. Und wahrscheinlich begegnet mir der richtige Mensch zur rechten Zeit, um da auch wieder hintereinander etwas wachsen zu können. Das ist ja vielleicht so ein spiritueller Glaubenssatz, aber da ist ja schon auch eine Wahrheit drin, oder? Das heißt, wenn ich auf der Suche bin nach Wahrheit, nach Befreiung und vielleicht jetzt nicht Lust habe, zum Therapeuten zu gehen, aber mich durchaus auf eine Beziehung einlasse, kann da ja auch viel passieren. Ja, also die auf den Weg machen nach, was du gesagt hast, das ist ja schon der Versuch, eine fehlende Bindung auszuhalten. Aber genau, und es ist so, das ist immer die Frage, der Mensch, der da ist, das ist immer der Richtige. Es gibt keinen falschen Partner, es gibt auch keinen richtigen, sondern es geht darum, kann ich in Kontakt treten, in Austausch oder nicht? Und sowas wie richtig oder falsch gibt es an der Stelle meiner Ansicht nach nicht. Es kann natürlich sein, dass jemand da nicht mitspielen will bei dem Spiel und sagt, nee, ich will keinen Austausch, ich will das eigentlich gar nicht, ich will lieber irgendwie mich ablenken, dann klar, dann geht das natürlich nicht. Aber aus meiner Sicht gibt es nicht sowas wie einen richtigen oder falschen Partner, sondern ich habe ja gar keinen anderen. Ich kann nur mit dem in Kontakt treten, der jetzt da ist, einen anderen habe ich ja gar nicht. Und wenn ich mir einen anderen wünsche, dann steige ich aus dem Kontakt aus. Ja, oder wahrscheinlich auch, wenn einer der beiden eine sehr starke Vorstellung hat, wie die Beziehung aussehen sollte. Oder das ist dann auch wieder ein bisschen aus diesen traumatischen Mustern heraus. Das ist alles daraus, das heißt, das ist ja kein Mitteilen, das ist Manipulation. Wenn ich möchte, dass ich meinen Partner auf eine bestimmte Art und Weise verhält, damit bei mir nichts angetriggert wird, das ist kein Mitteilen, weil ich erfahre dann von dem anderen ja gar nichts. Ich erfahre nichts von seinen inneren Zuständen, die er damit unter Kontrolle bringen will. Zum Beispiel, ich fühle mich total ohnmächtig oder hilflos. Wenn ich sage, du sollst aber dich so und so verhalten, damit es mir gut geht, das ist kein Kontakt. Das ist der Versuch, mit ungelösten Dingen irgendwie klar zu kommen. Und so machen wir das halt am Anfang. Wir machen miteinander irgendwas, um irgendwie mit diesem ganzen Inferno irgendwie klar zu kommen. Abenteuer, Beziehung. Also ich finde, das haben wir jetzt schon ganz gut abgerundet. Gibst du auch Paartherapie? Also hilfst du auch Paaren, dass diese Menschen ein bisschen weiterkommen miteinander? Aber kommt nicht so häufig vor oder kommt schon öfter vor in deiner Arbeit? Ich habe früher so auch explizit Paartherapie gemacht. Und ich mache jetzt nur Gruppen. Und da kommt es aber vor, dass zum Beispiel ein Paar zusammen in der Gruppe ist. Dann arbeite ich auch mit denen. Ja, ja, das kann man, das mache ich schon. Ich bin so, also vielleicht wird es sogar ein Retreat geben nur für Paare. Da bin ich auch schon am Überlegen. Wunderbar. Ja, vielleicht als abschließende Frage, genau dazu passend. Wie geht es weiter? Was sind deine weiteren Pläne? Es gibt ja schon zwei, ich glaube drei Bücher von dir. 200 Gruppen. Du bist jetzt in der Schweiz in Kürze. Hast du davor ein Zentrum aufzubauen? Was sind so deine weiteren Pläne? Ja, meine weiteren Pläne sind, mehr Menschen zu erreichen. Da haben wir jetzt große Veranstaltungsräume, jetzt auch in Aussicht in Berlin und in Zürich und noch in anderen Städten. Es gibt auch ein Zentrum da, wo ich wohne, was sehr, sehr praktisch ist. Und alles, was irgendwie diese Informationen in die Gesellschaft transportiert, egal wie, das ist jetzt auch eine schöne Sache. Ja. Deswegen machen wir das ja. Bist ja richtig, ja. Genau, und also das, wie es weitergeht, konkret noch, Bücher werde ich keine mehr schreiben, das langt mir jetzt der Arzt. Und es geht eher, glaube ich, in die Richtung, das vielleicht so was wie eine Live-Übertragung, wo ich mit Menschen arbeite, ja, so was, ja, so, dass ich möchte eigentlich nur noch die Arbeit machen. Ich möchte nichts mehr drumherum machen. Da ist ja Bedarf mehr denn je da, wahrscheinlich. Bedarf ist auf jeden Fall da. Ich brauche halt Kanäle, also so Kanäle wie hier, mit denen man eben viele Menschen erreicht, dass die Menschen diese Informationen endlich bekommen haben. Finde ich auch sehr, sehr wichtig. Danke für den Beitrag, den du dir da leistest. Finde ich total heilsam und wichtig. Danke dir. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir bleiben gerne weiter im Kontakt. Ich habe schon zwei, drei Ideen, werde ich dann nach dem Gespräch mit dir im Geheimen mal besprechen. Alles Gute dir. Viel Freude in der Schweiz. Guten Neubeginn wünsche ich dir. Und euch alles Gute. Und habt den Mut, in Beziehung zu treten miteinander. Das ist die Heilung. Alles Gute. Bis bald. Tschüss. 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 T–T couldnFFft. Vielen Dank.